Willkommen zu 3.3, zu einem der ersten Videos nach längerer Zeit und meine Frau hat gerade eben Oliven gegessen und Peperonis und da ist noch wunderschön Öl drin. Ich weiß nicht, Felix, willst du das mal kurz zeigen? Ja, lecker. Ich werde jetzt ganz ohne vorher eine Challenge von uns zu haben, dieses Öl austricken. Ja, wovon? Kann ich den einmal für den Upferl haben? Ja. Weil das ist solches Schaf irgendwie, also ich hab eben gerade mal dran gewirkt, das ist ... Schaf. So. Licht, Kamera, Action! Ey, da ist ein Kroik-Poster! Und Action! Alter, der Ex, das zeigt mir. Beschreib's! Geht runter wie Öl. Hatten wir ja schon mal, ja. Also ich muss sagen, was das Problem ist, ist wie gesagt, Ja, obwohl von der Schärfe geht's eigentlich einigermaßen. Ich dachte, hab's mir schlimmer vorgestellt, glaub. Aber es ist so scheiße ölig, also ich hab ja schon mal einen Löffel Öl gegessen, wenn ich das in einem Video gab. Ja, ja, ich denk schon. Ähm. Und auch mit Öl geluscht und ... Ja, das hat mal Öl übernach und so. Das ging eigentlich. Irgendwie ist ... Michael Öl. Das ist sehr ... Sehr krass. Gut. Also ... Steht auf Öl. Ähm. Dummer Junge trinkt, ne? Also, ähm. Ja, das war's erstmal mit diesem Video, war ein kurzer Einblick in meinen Tagesablauf. Früh aufstehen. Als allererstes eine Packung Öl trinken. Und ... Am besten, genau. Ciao. Und ... Wir sehen uns beim nächsten Video mit Free3. Und ... Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Einen Daumen nach oben. Kommentare. Abonnieren. Nicht vergessen. Und ... Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.